Das ist der ideale Ort, um etwas Größeres, Internationales hier zu veranstalten. Die ersten zwei Tage hatten wir hier den David Stromberg, der eigentlich Cellist von Haus aus ist, aber ein sehr kluges Konzept entwickelt hat für Impositionen von Kredenzen in klassischen Bibelinkonzerten. Und ich habe das mal erlebt und war der festen Überzeugung, dass das sehr gut hier hin passen würde und das hat sich auch bewahrheitet. Der zweite Gastrozent war die Annette Rohmann. Die sich wirklich im Crossover-Bereich in vielerlei Stilrichtungen hervorragend auskennt und die Leute hier auch jeden auf seinem Stand der Interesse hatte, abgeholt hat. Mit den Leuten von Loom angefangen bis zur freien Improvisation und am letzten auch mit der Vorführung wirklich kreativ beschäftigt hat. Wir wurden dann ergänzt am Wochenende durch die Firma Thomastik Infeld aus Wien, Weltmarktführer, glaube ich, für Seitenproduktion, die sich hervorragend angebracht haben und haben uns unterstützt, beim Budget für den Wettbewerb und auch Seiten gespendet und während des Kurses eben Workshops veranstaltet haben hier. Und Attila Pastor hier hat ja unglaublich Gutes gehört und man hatte jedes Mal einen Aha-Effekt, wenn er eine Entscheidung getroffen hatte, welche Seite vielleicht zu dem Instrument besser passen würde. Um dann scheinbar diffizierte des Instruments zu kaschieren, war es jedes Mal ein Volltreffer. Wir haben ein wirklich abbezinneltes Programm, das wir verlangen. Und ich denke, das ist eine sehr gute Vorbereitung für das spätere Berufsleben, also auch hinsichtlich anderer Wettbewerber und auch das Können, das abgedeckt werden muss. Das ist ein sehr intensiver Kurs, das hat dieses Konzept, die Menschen aus der Welt bringen, die Studenten und Lehrer, und es hat dieses sehr intensiver Programm, das betrifft die Biologien, Workshops, Lectures, Konzerts und internationale Kompetitionen. Und wir haben wirklich das Privilege, in dieser Ort, die besten Konzerts zu haben, die besten Konzerts zu machen, mit schönen Häusern, mit schönen Acoustik, und in diesem sehr schönen Ort. Und ich denke, es war der perfekte Ort, für diesen Kurs. Bravo! Relax! Wir fallen einige Aufführungen ein, die könnte man an jedem Platz dieser Welt zur Aufführung zu Gehör bringen. Es waren, ich erinnere euch an ein Stück besonders, das könnte man in der Carnegie Hall spielen und es würde beklatscht und bejubelt. Ich finde die Voraussetzung, sie könnte nicht besser sein. Dieser Ort ist ein Juwel. Das ist erstmal ein besonderer Ort, die Möglichkeiten, die man hier hat. Es fängt an mit der, eigentlich Rundumbetreuung. Wenn ich mir vorstelle, als Teilnehmer, man muss nur das Ticket mit der Bahn bis nach Hamburg lösen. Dann läuft der Rest von selbst, das ist ja gar nicht selbstverständlich. das ist ja gar nicht so, das wäre, das ist ja gar nicht so, dass wir uns nach oben aufhörten. Ich freue mich.